In diesem Video kann ich es kaum erwarten, dir häufige typische Fehler zu zeigen, die Teams und Organisationen, aber auch Chefs und andere Führungskräfte immer und immer wieder machen, wenn es um den Aufbau und das Design von Scrum Teams geht. Hallo, Sebastian hier vom Scrum Kurs24. Bevor wir jetzt gleich direkt einsteigen, tu mir einen Gefein und checke noch mal kurz, ob du meinen Kanal schon abonniert hast, um immer alle Updates direkt in deine Mailbox zu bekommen. Mit diesem Video bekommst du wichtige, typische Stolperfallen beim Aufbau von Scrum Teams an die Hand, die Probleme und Herausforderungen in Teams auslösen, mit denen du dein Teamdesign überprüfen und so die größten Probleme bei deinem Team vermeiden kannst. Wie du deine Teams garantiert nicht erfolgreich für Scrum aufsetzt, das zeige ich dir nun genau in diesem Video. Lehn dich zurück und reflektiere auch gleich einmal, ob es dir auch so ergeht und du diese Probleme bei dir selbst entdeckst. Also gut, direkt rein in die Details. Worum geht es heute? Es geht um das Team oder genauer gesagt um den Begriff des Teams. Also was ist eigentlich ein Team? Befragen wir Wikipedia, dann lesen wir folgendes. Der Begriff Team bezeichnet in der Soziologie eine aus mindestens zwei Personen bestehende Organisationseinheit, die eine bestimmte Aufgabe erfüllen und oder gemeinsame Ziele verfolgen soll. Gut, nun bist du ja auch schon im Scrum-Kontext, also lass uns hier gleich auch nochmal reflektieren, wie wir das Team im Scrum sehen und den Scrum-Guide befragen. Die grundlegende Einheit von Scrum ist ein kleines Team von Menschen, ein Scrum-Team. Das Scrum-Team besteht aus einem Scrum-Master, einem Product Owner und Entwicklern. Innerhalb des Scrum-Teams gibt es keine Unterteams oder Hierarchien. Es ist eine zusammenhängende Einheit von Fachleuten, die sich jeweils auf ein Ziel, das Produktziel konzentrieren. Scrum-Teams sind funktionsübergreifend, das heißt, die Mitglieder verfügen über alle erforderlichen Fähigkeiten, um in einem Sprint einen Mehrwert zu schaffen. Sie verwalten sich auch selbst, das heißt, sie entscheiden intern, wer wann was wie tut. Gut, nun haben wir das geklärt, aber über welches Problem wollen wir hier nun konkret reden? Wir wollen über den Begriff und die Perspektive des Teams sprechen, denn der wird oft nicht so verstanden, dass Scrum überhaupt erfolgreich durchgeführt werden kann. Schlimmer noch, dass Unternehmen denken, sie würden für das Scrum-Team eine Anpassung an lokale Begebenheiten benötigen und passen den Begriff deshalb weiter an. So bleibt meistens der Begriff des Teams über, aber es ist kein Team mehr im eigentlichen Sinne. Und was schlimm ist und leider auch viel zu oft liberal diskutiert wird, dass Organisations- und Teams denken, ohne den richtigen Teamgedanken könne man Scrum überhaupt erfolgreich tun. Und lass uns gleich nochmal über die Auswirkungen reden. Ja, wir haben schon genug Erfahrung gemacht und wir kennen diese Probleme empirisch und wissen, was passiert. Umso wichtiger, dass wir nun handeln und die Probleme angehen. Das Problem, was du oder ihr in dem Unternehmen vorfindet, dass eben nicht der Weg hin zu guten Scrum-Teams eingeschlagen werden kann. Und wenn ihr in dieses Hamsterrad geratet, dann endet ihr leider immer bei keiner echten Veränderung, der sogenannten verbrannten Erde und hohen Ausgaben, die sich fast nie rentieren. Hast du diese Situation mit deinem Team oder der Organisation schon einmal erlebt, dann werden weitere Veränderungen immer wieder schwerer. Und es gibt sie. Die immer und immer wieder gleichen Muster, die Unternehmen anwenden, die ihre Teams aber nicht erfolgreich werden lassen. Und genau diese Muster stelle ich dir nun vor, sodass du dagegen reflektieren kannst. Dabei ist die Sammlung nicht vollständig. Vielleicht mache ich dazu aber auch nochmal weitere Videos. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn du da Bedarf hast. Kein gemeinsames Ziel im Team haben. Starten wir direkt mit einem totalen Klassiker. Ein Scrum-Team hat kein gemeinsames Ziel. Wir arbeiten zusammen, ist nie ein Ziel. Sondern ein Scrum-Team hat immer ein geteiltes Ziel und strebt dieses gemeinschaftlich zu erreichen an. Wenn du kein gemeinsames Ziel hast, funktionieren auch Events wie der Sprint mit dem Sprint-Ziel nicht richtig und auch ein Product-Backlog mit einem Produkt-Ziel. Das wird dann nicht die Wirkung erzeugen, die wir im Scrum-Team benötigen. Den Begriff des Ziels kannst du Scrum auf mehreren Ebenen sehen. Allerdings mangelt es oft schon an dem grundsätzlichen Verständnis eines Ziels. Glauben, dass Splitter-Kapazität hilfreich ist. Auch sehr beliebt auf der Skala von Problemen bei Scrum ist es, mit der sogenannten Splitter-Kapazität zu arbeiten. Sprich, die Claudia arbeitet zu 20% im Team mit, macht 80% was anderes und alle anderen Teammitglieder haben ähnliche Konstellationen. Das führt unweigerlich dazu, dass bei gemeinsamen Aufgaben für euer Ziel niemand unmittelbar Zeit hat. Abstimmungen müssen erfolgen und das ganze Produkt wird auch noch langsamer entwickelt und ihr holt euch damit schnell Nachteile aus dem klassischen Projektmanagement in die Agilität wie Ressourcenplanung und ähnliches mehr. Keine Cross-Funktionalität leben. Eine Cross-Funktionalität oder Interdisziplinarität im Scrum-Team ist essentiell und baut darauf auf, gemeinschaftlich an einem Ziel auch arbeiten zu können, weil wir eben alle Skills in einem Team haben, die wir auch brauchen, um unser Ziel zu erreichen und um unser Produkt auch entwickeln zu können. Silos zu bilden oder einfach die bestehenden Menschen so zu lassen, wie sie sind und einfach den Begriff des Teams umzuhängen, funktioniert natürlich auch hier nicht. Oft wird dabei klar, wie schlecht es eigentlich um das Team steht, da nämlich überhaupt nicht die richtigen Skills in der Organisation für das Team existieren. Denken, dass Projekt und Produkt als Synonym verwendet werden kann. Leider immer und immer wieder gerne gemacht und nie wirklich hinterfragt. Agiles Projektmanagement im Sinne von Scrum lässt vermuten, dass wir Projekte machen, aber das tun wir nicht. Und Projekte sind nun etwas anderes als Produkte. Projekte sind nicht schlecht per se, nur sie passen eben nicht zu einem agilen Team, das Scrum machen möchte. Das Scrum-Framework ist für komplexe Produkte und Fragestellungen konzipiert und eben nicht für ein Projekt. Elementare Pfeiler der Agilität, also zum Beispiel die Möglichkeit, schnell und flink reagieren zu können, kann so mit einigen unüberlegten Aktionen schnell zunichte gemacht werden. Unterschiedliche Chefs mit unterschiedlichen Interessen für Teammitglieder. Ebenso nicht selten gesehen ist der Gedanke, ein Team aus unterschiedlichen Menschen zu erstellen, die alle oder teilweise unterschiedliche Chefs haben, die mit unterschiedlichen Interessen hinsichtlich der Teammitglieder agieren. Solange sich Chefs nicht in das Produkt einmischen und keine inhaltlichen Interessen haben, mag das noch funktionieren. Oft sind aber an die Rolle des Chefs in Unternehmen unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich des Inhalts und der Mitbestimmung geknüpft, die meistens konträr zu dem stehen, was Mitglieder im Scrum-Team leisten und verantworten sollen. Kapazitative und wertorientierte Planung verwechseln. Bei einem Scrum-Team geht es nach Wert. Es geht nicht um Kapazität. Das ist wohl das, was man am häufigsten sieht, gerade wenn viele für die Agilität notwendigen technischen Grundlagen im Team gar nicht existieren. Am Ende eines Sprints wollen wir einen möglichst großen Wert in einem Inkrement erzeugt haben. Wir wollen nicht alle Mitarbeiter auslasten und irgendwie irgendwas aus dem Backlog abarbeiten, was gerade nicht wichtig ist. Das ist ganz entscheidend und ein oft großes Shift im Mindset, wenn dein Team oder dein Scrum-Team vorher klassisch entwickelt hat und je weniger cross-funktional dein Team ist, desto mehr tendieren Teams immer zu kapazitativer Planung. Push statt Pull praktizieren. Ein Backlog ist keine Liste, die ein Projektleiter nutzt, um Arbeit an unterschiedliche Personen zu verteilen. Es ist eine Liste, die der Product Owner für das Produkt sortiert, damit es möglichst gut die Wünsche der Kunden trifft. Während der Product Owner diese Reihenfolge vorgibt, ist es an den Entwicklern zu sagen, was sie schaffen können. Sie ziehen sich also die Arbeit selbst, was wir Pull nennen. Niemand schiebt die Arbeit zu ihnen rein, was einem Push gleichzusetzen wäre. Einfach Rollen auf bestehende Menschen verteilen. Wer ein Projektleiter war, kann nicht einfach den Product Owner machen. Ich kann die Rolle des Scrum Masters nicht einfach irgendwem geben. Das geht schief und hat auch noch nie geklappt. Ein Wechsel zu Scrum kann vieles offenbaren und meistens kommt zu Tage, dass wir gar nicht alle benötigten Menschen und Skills an Bord haben. Dann einfach Rollen auf bestehende Menschen zu verteilen, weil sie ja vergeben werden müssen, endet oft, wie die anderen Probleme auch, im Desaster. Collaboration und Cooperation verwechseln. Eine wirkliche oder echte Zusammenarbeit, wie wir sie in Scrum haben wollen, ist eine Collaboration. Wir arbeiten alle gemeinsam an einem Produkt. Eine Cooperation oder Kooperation beschreibt nur das Zusammenspiel mehrerer Personen, die oft eigene Ziele haben und auf Teilaspekte hinarbeiten. Und genau das wollen wir in Scrum auch nicht. Wir haben den Fokus auf ein Produkt, welches wir gemeinsam entwickeln wollen. Statisch und stabiles Team verwechseln. Wenn du ein Team für Scrum hast, dann kommt es darauf an, dass dieses stabil ist. Der Begriff wird manchmal falsch interpretiert. Er bedeutet nicht statisch. Stabil ist ein Team, wenn der Eingang und der Ausgang, wenn die Velocity, wenn der Zweck und ähnliches mehr gleich bleibt und erreicht werden kann. Statisch ist ein Team, wenn du keinerlei Änderungen an diesem zulässt. Menschen ändern sich und gehen. Neue Techniken halten Einzug und Ziele müssen justiert werden. All das kann in einem stabilen Team erfolgen, in einem statischen nicht. So, und wenn du nun noch gute Antworten auf diese Probleme benötigst, dann like das Video und schreibe mir zu gerne in den Kommentaren, welche du konkret benötigst. Bis dahin wünsche ich dir immer ein wachsames Auge auf die Team-Formation in Scrum. Dein Sebastian